So. Kleine Drossel. Aufgepäppelt. Kleines Ding. Jetzt mal gucken, wo sie hinfliegt. Ne? So, kann fliegen. Kleiner Schatz. Wo willst du hin? Noch nirgendwo hin? Doch, ne? Jo. Und weg. Zack, im Baum rein. Auch schade, kann man jetzt nicht mehr sehen. Aber da gibt's auch Futter. Ist eigentlich im richtigen Baum drin. Kann man nicht mehr sehen, das kleine Ding. Ist nicht schlimm. Wie gesagt, da steht auch Futterhäuschen. Da gibt's immer noch Essen zu holen. Tagtäglich. Okay, dann wollen wir mal schauen. Wieder was Gutes getan.